Dieses Jahr fehlt mir nur wenige Millimeter zum Sieg, aber nächstes Jahr startet sie wieder, die WBC. Und du kannst dabei sein! Wir starten nämlich das WBC Junior Cup. Das heißt, ein Tag, einen freien Tag, zwischen der Competition werden wir mit jungen Leuten und ihrer Erwachsenenbegleitung zum Angeln rausfahren. Und das Ganze wird natürlich gelost und ich würde mich freuen, wenn einer von euch dann mit mir mitfährt und wir dann zusammen gemeinsam richtig im Tournament fischen. Also bewerbt euch einfach, schaut rein bei www.virtualidaclassic.com und ich drücke euch ganz fest die Daumen und vielleicht sehen wir dann uns bei der WBC in Hellefuss-Lois in Holland. Schöne Grüße! Ja, und denkt immer dran, Zeit ist Fisch! Und dann euer Jan!